Die Romänen haben ein sehr starkes Team und wir haben gewusst, dass wir uns alles zusammenpassen, um gegen die Romänen zu gewinnen. Am ersten Tag waren wir teilweise sehr gut, aber in den entscheidenden Momenten haben wir vielleicht zu wenig Selbstvertrauen gehabt, vielleicht ein wenig Glück noch etwas gefehlt, um zumindest 1-1 dachten nach dem ersten Tag. Aber es geht auf 3 und morgen geht es weiter. Es ist klar, es ist nur ein Spiel des Tennis, aber es ist klar, ich will so viel gewinnen hier für die Schweiz. Ich glaube, dass ich schon ein guter Niveau habe. Ich habe schon ein guter Niveau gewonnen als heute. Es ist natürlich, es fehlt uns, aber ich habe mir alles gemacht, um es am besten zu sein. Ich habe schon gesagt, dass es schwierig war, aber ich hatte keinen Fall zu sein. Ich dachte wirklich, dass es so besser wäre. Ich bin sehr stolz. Und natürlich, wie die Leute wissen, ich habe auch die origine von Transylvanie. Meine Eltern waren nicht sehr weit, ich bin schon mal wieder. Ich bin schon mal wieder, wenn ich klein bin. Es ist wahr, dass es mich besonders auf mich gehalten hat, um ein Punkt für die Suisse an diesem Ort zu bringen. Und dann, um heute zu sein. Das ist für mich, dass ich ein bisschen amertum auf die Gorge bin.